So, Aufnahme-Festplatte gewechselt. Einmal auf meine E-Fuck. Auf der leckt das ein bisschen, wenn ich darauf aufnehme. Die ist nämlich nicht zum Aufnehmen gedacht. So, ich wollte jetzt das kaufen, 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 das kaufen. Boah, Alter. Das kaufen. Entschuldigung ganz viel die Lacks, aber wie gesagt, die Festplatte ist nicht zum Aufnehmen gedacht. Goldner Keks. Multiplikator. Klick, klick, klick. Portal. Das, das. Kaufen, 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 kaufen. Solange wie der Multiplikator noch gilt. Kaufen, 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 kaufen. Ich klicke gerade hier wie so ein Bekloppter. Kaufen. Alter. Nur mein Portal werde ich noch schaffen. Portal. So, und jetzt halt durch. Vielleicht kriege ich noch eine Time Machine zusammen. Das wäre natürlich der Hammer. Boah, Alter. Vater, 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 Vater. Hält der noch so lange? Ich weiß es nicht. Ich traue mich nicht. Ich möchte gerne eine Time Machine haben, Feuer. Puh, schnell eine Time Machine, 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 eine Time Machine. 2 Millionen Cookies pro Sekunde, Alter. Hier die ganzen mal 5 Multiplikatoren sind es auch da. Einfach durchhämmern, durchhämmern, los, 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 ah, der Multiplikator ist vorbei. So, naja gut, dann wieder bis gleich. So Leute, ähm, 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 Freund war kurz da, deshalb habe ich das kurz laufen lassen. Das waren jetzt, ja, 20 Minuten, mit denen ich den, mit denen ich gequatscht habe, weil ich hatte ja heute frei im Praktikum. Ich habe mir heute Urlaub genommen und, ähm, er musste heute arbeiten und wo er arbeitet, ist direkt gegenüber bei mir auf der Straße, so gesagt, an der Straßenseite. Und deshalb habe ich auch noch kurz gequatscht, bevor er nach Hause ist. What? 600, sonst was, Millionen, okay. Moment. 500, 500, 518, 542. Miep! Portale, wir machen jetzt doppelt so viel. Alter, Vater! Hey, 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 hey. Okay, darauf muss ich jetzt wieder sparen hier, plus 5 Multiplikate. Was habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt 929% schon. Alter, das ist so geil, guck mal, 15.000 pro Klick mache ich jetzt. Braaa, fuck you! Ich will mir jetzt nur noch Portale machen, jetzt ja doppelt so viel. Bam. Habe ich es jetzt zum Abstützen gebracht? Jetzt habe ich einen Anzeigefehler. Miep. Ich habe einen Anzeigefehler. Okay, das ist mir jetzt aber gerade ein bisschen egal. Ich überlasse, glaube ich, gerade das Spiel ein ganz bisschen. Ich glaube nicht, dass vorne in den Wicklern vorgesehen war, dass irgendwer so verrückt war. Ich mache mittlerweile fast eine Million. Alter Vater. 360.000. Ja, nee, ist klar. Durch die habe ich 40 Millionen bekommen. 3 Millionen, 10 Millionen, 25 Millionen, 39 Millionen, 68 Millionen, 670 Millionen, äh, 607 Millionen und durch die 33 Millionen. Ja, lohnt sich. Boah, jetzt wieder so ein Multiplikator, das wäre der Hammer. Heilige Scheiße. Ja, hier, das ist Version des Still Pretty Buggy, ja. Aber, kein Problem, ist geil. Geht das weg, wenn man so hin und her schiebt? Nein. Boah, 32. Man sieht ja hier, wie viel ich davon habe. Ja, das ist so geil, das Spiel. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. 14.000 machen meine Omas. Meine 71 Stück hier. Boah, ich möchte die gerne jetzt upgraden. Dann wirken die nochmal, dann habe ich nochmal 14.000 oben drauf. Boah, 10%. Die hier unten. Double Chip Cookie, White Chocolate Macadami Nudge Cookies, Old Chocolate Cookies. Boah, 99.999.999.000. Ja, ne, ist klar. Ach, die kosten auch so viel. Uiuiuiuiuiuiui. Kommen die 166, die mache ich jetzt nochmal zusammen mit euch. Nachmache ich erstmal wieder eine kurze Pause. Und zwar gucken wir in Battlefield-Teile von Peatsmeet. Oh ja, mein Essen ist fertig, habe ich gerade gehört. Das Kling, habe ich gehört. Es ist gleich wirklich kalt, wenn ich runtergehe. Also super. Ich habe mir gerade Kassler von gestern warm gemacht. Boah. Schönen Senf noch oben drauf. Boah, das wird so lecker. Huiuiuiuiuiui. Lecker, lecker, lecker. Komm, wir packen das hier. Meine�ter unsere Finger sind da am rumklicken. Gib mir die Cookies. Ich kann mir eine Time Machine leisten. Oder die Oma. Oma oder Time Machine. Oma oder Time Machine. 14.000. Jetzt 97.000. Time Machine wäre besser als Omas. Weil ich mag die Omas. Omas. Mehrzahl von Oma. Ich habe zwei Oma. Drei Oma. Nee, ist auch einfach nur Oma. Ich mag die Oma. Hm. Ja. Ich möchte gucken, welche Arten. Welche Arten dazukommen. Ach, jetzt verschwinden die. Das ist gerade bei. Nein. Ich wollte doch gucken, was dazukommt. Alle, die sich geändert haben, sind verschwunden. Nein. Okay. Gut, aber ich habe gleich wieder eine Time Machine zusammen. Ui. Time Machine, Time Machine, Time 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 Machine. Und dann kommen hier die ganzen Sachen noch ran. Und dann bin ich bald durch mit dem Spiel. Ich spiele so lange, bis ich alle achievements habe. Die sieht man übrigens, ähm, hier drunter. Bis das alles freigeschaltet ist. Hier, zum Beispiel, 200 Cursor haben. Hier nochmal 100 Grandmas. Bin ich ja schon fast dran. Ähm, ein paar Farmen. Fabriken hier. Das alles, bis ich das alles habe hier. 100 Time Machines. Und halt, ähm, das hier oben alles freikaufen. Bis da auch nichts mehr ist. Ja. Eine Milliarde habe ich erst insgesamt gemacht. Ich habe überlegt, ob das hier 99 ist. Aber man kauft sich ja davor noch was, bevor man das isst. Das ist nicht so, als ob ich jetzt warten würde, bis ich das habe. Zum Beispiel als nächstes kommt... Ähm, Alchemie, 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 Alchemie sind das hier. Hier nochmal 26.000 mehr pro Sekunde. Na gut, wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao.